Meine Chance, er hat es nicht verkacken. Let's do this, boys! Let's go for the third mark of excellence! TVP 50... 51. Let's do it. Oder zumindest ein brauchbares Gefecht, um sich noch ein bisschen weiter ran zu arbeiten. Wenn es jetzt nichts wird, dann halt in den nächsten paar. Let's go! Map ist okay. Matchmaking ist auch okay. Was mir ein bisschen Angst macht, die haben halt diese 277 für 30 Euro sind halt recht. Stark. Blow-Up wäre scheiße. Jo, kein Stress. Real Life geht vor. Eventuell machen wir am 8. den Ballwerk, aber du kannst ja dann auch dazu stoßen, wenn du irgendwann wieder da bist. Oder halt die Tage mal wieder, alles gut. Jetzt ein Blow-Up oder Feuer. Dann wäre es das gewesen. Start ist ganz okay. Wo bleibt der Artie-Treffer? Jetzt mal mit dem Arsch spotten. Oh nice. 4.30 kassiert. Guter Start. Guter Start. Der hätte mal ruhig rausgehen können, da unten. Nicht das Opfer T-44. Der wäre vorbeigegangen, der Schuss wahrscheinlich. Deswegen, den wollte ich jetzt nicht snapshotten. Kommt sicherlich wieder, oder? Okay, nicht zu greedy werden. Wieder safe gehen, wenn da hinten irgendwas steht. TDs und so weiter. Okay, die stehen so weit hinten. Da kommen sie nicht an mich ran, normalerweise. Nicht zu greedy. Die haben richtig schlechte Positionen. Da habe ich was gespottet dahin. Das fährt safe. Pershing, bitte. Assist, Jungs. Assisting Damage, come on. Passt, 2 von 2. Der fährt jetzt ja auch gleich nochmal durch, oder? Come on. You know you want it. Gut, 4 zu 1. Passt. Er hier wieder. Mal getrackt. 3K sind drin. Die City sieht ganz gut aus noch. Hat nochmal PS. Da, das werden wir wahrscheinlich verlieren mit der IS-7. Das würde ich leider reload, sonst hätte ich den auch nochmal gebalanced. Kommt er nochmal, oder? Und leider nicht durch die Lücke schießen. Das ist schon interessant, den jetzt irgendwie rauszuholen, da. Gut. Nicht aufgegangen. Lol. Oh shit, das Game wird fast schon gleich gewonnen sein. 7 zu 2. Aber ja. Nichts überstürzen. Das geht schon noch. Jetzt nicht komplett rein donaten, wenn man zu greedy wird. Alles gut. Alles langsam angehen lassen. Genau, jetzt drauf. Den WZ. Jetzt nochmal safe den Reload durchziehen. Jetzt muss ich mir bloß was suchen, was HPs hat. Weil jetzt muss ich greedy werden. Sonst ist es wirklich zu spät. Dann muss ich das Ganze... Dann habe ich noch nicht keine dritte Mark. Das Ganze nochmal neu starten. Ich komme hinter den 277. Drücke den Clip in den Arsch rein. Damit sollte... Da komme ich danach hin. Der bounced. Das Ding ist nicht wirklich... Oh, mit APCR. Okay, Heat Clip wird geladen fürs 430U. Der kommt Gott sei Dank zu mir. Kurz warten hier. Nice. Badshed lockt ihn an. Wie eine Falle. Es riecht langsam nach einer dritten Mark, oder? Holy shit. Super gemacht, Badshed. Geile Falle. Schauen, ob es ausreicht. 5k Damage. Können es schon langsam werden. Jetzt noch einen sauberen Clip in den... Nein, die mache ich auch. Jetzt muss ich aber ganz schön Gas geben, um da noch irgendwo ranzukommen. Ich habe nochmal Zeit zum Nachladen. 20 Sekunden brauche ich mindestens, bis ich da oben bin. Aber ich werde wahrscheinlich nichts mehr abkriegen. Das war es. 5,9k. Ohne Spot, leider. Komplett ohne Spot. Die ganze Zeit habe ich so viel gespottet. Jetzt hier ganz ohne Spot. Ne. Die sterben vorher, da bin ich mir fast sicher. Ne. Der E4, der wird jetzt auch sterben. 100 pro. Da habe ich jetzt einen Schuss noch auf den drin. 2 Schüsse sind drin. 6.500, jo. Glatt 6.500. Okay, let's go. Mal schauen, ob es reicht. Ich glaube aber nicht. Oder? Yes, das reicht. GG. Bye, bye. Ah, ja. Geschafft, endlich. 6.500. Da ist das Ding. 6.500 Damage. 3 Marks. Was haben wir da? Unterstützer. Ein Panzermeisterschütze. Großkaliber. Null gespottet. Obwohl ich eigentlich die ganze Zeit da in der Mitte war.